Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Warum? Weil du ein kleines Pinderses Stück scheiße bist. Ich war okay von wo sie erschossen. Nice one jetzt hier, nice one. Vorsicht, weil ich kann mit. Ich glaube im Erdgeschoss oder im ersten Stock ist einer. Vorsicht, Wacker, Matt. Guck mal, der checkt links von dir. Ja, sag ich doch. Pass auf, Wacker, Matt. Z4, Z4, Z4. Ja, der Feste, ne? Der hat so weit das Spiel verlassen. Der war ein Rage-Quiz. Ich hoffe, das hat irgendwer aufgenommen. Nein, der griffst leider nicht. Der ist rechts im Raum, der ist rechts im Raum. Rechts im Raum. In dem kleinen? Nein, im Raum drin. Ja, hat er gesehen. Hab ich nicht. Hey, ihr deckt mich mal mit. Ja, bestimmt. Der kommt, der kommt, der kommt. Ja. Ja. Ich geh nicht. Nein, er streng sich selber in die Luft. Was war das? Alter. Alter, du. Der hingeklatscht, ne? Ding, ey, Kui, ey. Komm, du hast, dass die vier da noch hängen drehen und alles. Alter, zehn. Ich beichne das eh schon hier grad. Das muss für die Nachwelt festgehalten werden, ey. How to 2 gegen 5 verlieren. Die sind unten von der Baustelle. Ich bin hier alleine quasi. Baustelle? Der wird oben aufgeschreit. Aber du musst dich nicht stören. Ich bin eingeengt. Was? Links. Der war auch rechts, glaub ich. Links bisschen. Ja, links kommt Schild. Sind die da reingekommen. Ja, bei, äh, Xaren kommt Schild. Wow. Bringt doch nichts, Michi. Dann kriegt er wenigstens ein bisschen Schaden, vielleicht. Oder auch nicht, der war weiter weg, ne? Ja, verhört mich, verhört, verhört. Ja, bringt mir nichts, leider wegen dem Schild. Junge, das ist so nice in den Verhörten. Was? Alter, ist das irgendwie... Alter, dieser Mr. Crizo. Guck dir den Killer an, okay? Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir einfach an. Huh, äh, hm. Warum geht das denn nicht durch? Nochmal. Irgendwann ist der Schild kaputt. Irgendwie geht's ja nicht, so wie ich gedacht. Aber die Frage ist ja, wieso? Wir sind nicht der Angreifer, Juli. Buckel. Oh, wartet halt zu Ende. Ja, ja, ich hab das genau gehört. Ja, ich wache die Tür umzu. Dreh mich nach rechts um, zieht das Fenster. Dann fang ich gleich auf. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Wir wollen hier immer noch mit, äh, mit Professionalität an den Start gehen. Schon besser. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Da war einer. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Hab ich mitbekommen. Es geht jetzt, Juli. Okay. Ich hab noch mal vollständig gezählt und schon war er tot. Mann. Äh, Alex, bis unten? Äh, direkt um die Ecke. Ist Ash. Das ist nicht. Also geh am besten mal hin und töte sie. Ich weiß nicht, ob sie rumgelaufen ist. Ich bin um die Ecke gegangen und war sie plötzlich da. Du wirst gedrohnt. Da stand die. Keine Ahnung, wo sie dann hingegangen ist. Nein! Ich dachte schon, du stirbst jetzt. Ich dachte schon, du bist tot. Trolling. Läuft ja prima. Guck mal. Sind die schon drin oder was? Ah, die sind da so... In dem Gang drin. Langer Gang. Ganz schön. Schön. Fuck. Nur drei. Du hast Blackbeard. Du hast Blackbeard. Das reicht. Ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Hab einen gespottet, Alex. Äh, Chris. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das sind zwei. Ja, deswegen ruhig. Ja, positiv. Ist ja einer. Zwei ausgeschaltet, darunter Termit. Ja, hat er. Nein! Da war noch einer. Wie ist es denn noch? Da, die haben wir noch zu blitzen. Hab ich nicht gesehen. Ach, die ist der letzte? Nein. Sorry, ich hab den letzten Fall übersehen. Alles gut. Leise. Bitte. Links. Alles? Und anders. Rechts. Rechts. Das Blitz, deswegen. Fuse. 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 Nee. Fuse. Jetzt rechts. Ja! Alles gut. Easy. Du bist der beste. Du bist easy. Boah, ich hab nicht so ein Stress hier, alter ey. Da können wir ja du teils. mach mal auf hier was ich hab den das ich stand komm mir nicht lang komm mir nicht lang komm mir nicht lang raus raus im gang rein 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 hier bei mir ist drin ist direkt rechts im kleinen raum fetcher boah das war echt sekunden boah aber das ruft nicht alter das war mir das war mir knapper als mit ohne witz jetzt sehen sie dich glaube ich bleibt eine ecke wird ja da bleib so ich bin auf der wir haben jetzt wissen sie dass du hier bist bei mir jetzt kann ich nicht mal gucken hat ja warte müssen reinkommen dann kriege ich sie bleib weg, bleib weg, die müssen reinkommen einfach eine pieg ich hab sie wenn sie kommen ah sie drohen fuck die haben ich gesehen alle Kerl sind nicht mein hier der chris die haben dich nicht gesehen naja so um die drum was ich hab mal daun lange schuhe da ist noch einer drin wo ich komm von links ich hab sie sehr gut freut mich bei der dem in die fresse geht weg von alle kommen sie bei euch oder was ja kommen wir raschen rüber das mit sledge habe aber grad eben wenn er hier reinkommt habe ich die einer ist injured ok jetzt rechts 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 echt jetzt niklas jetzt war ein bisschen risky grad ne warte geh weg nein schießt kaputt alles klar fuck ist es gg kas hat mich durch die wand erschossen jetzt ganz hinten ja puls ist jetzt auch wiederbelebt den puls hättest du vielleicht noch schnell holen können ich hab den puls 2-mal angeschossen er hätte eigentlich tot sein müssen puls ist doch tot nein du hast ihn doch gekillt doch doch ist er doch dann war es aber lucky weil ich hab einfach nur geschossen direkt in der tot gewesen mit der killstil hier rein kamera links oben boah ich war rausgetappt keine ahnung wieso 40 sekunden keinen termite weiter sledge auf rechts go 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 sledge nochmal auf die castle wand schießt 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 rechts irgendwoher schießt lass mich ich scoute guck guck wo er hin guck komm rechts von dir rechts 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 schießt 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 Hey Kroll, möchtest du einen Tipp hören? Rennen. Ich bin da, ich komm noch nicht mehr aufstehen und bin schon downer. Ich wollte rennen durch C4. Ich hatte C4, deswegen wollte ich rennen und da stürmen. Das war klar, die hat die Drohne gesehen und die wusste wo du bist und dann kann die direkt pre-firen und du hast keine Chance. Es war noch einer, kam direkt da hinterher. Das war nur wegen meiner Vorbeit, die hatte kaum noch leben. Ich hätte mal draufhalten wollen, Leute, aber... Juli, be like... Can you touch this? Can you touch this? Can you touch this? Okay, warte. Okay, Stefan. Okay, so. Okay, so.